Hier präsentieren wir die 5 besten Backpacker Rucksäcke Test. Lass uns anfangen! Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Mountain Top 60 L Schrägstrich 65 L Tracking Rucksack Wanderrucksäcke. Der ergonomisch gepolsterte Rücken sowie die weichen Schulterrimmeln garantieren optimalen Komfort. Neben dem Air Comfort System wird eine hervorragende Belüftung sowie die Schweißausbildung und das Lernen auf ein Minimum reduziert. Nummer 4. Outdoor Front Lader Rucksack für Reisen und Backpacking Der riesige Job & Travel Rucksack Job & Treffler 7510 von Outdoor wurde zusammen mit der International Time Campaign ins Leben gerufen. In einer massiven Abstimmung, Arbeit und auch Reisende hatten die Möglichkeit, darüber abzustimmen, was ihre optimale Ranzen sicherlich in Bezug auf Größe, Features oder Farbe aussehen würde. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Lover Alpina Uni 6 Charotore 6585 Rucksack Der Axiom 7 Charotore 6585 Rucksack von Lover Alpina ist der ideale Kumpel für längere Wanderungen oder Wanderungen. Das Innere des Rucksacks kann mittels eines Reisverschlusses in zwei Fächer aufgeteilt werden und hat auch ein Volumen von 65 Litern, das bei Bedarf auf 85 Liter erhöht werden kann. Nummer 2. Outdoor Tracking Rucksack Trackback 70 Der Trackback 70 Wanderrucksack von Outdoor wurde speziell für die Bedürfnisse von Tracking oder für mehrtägige Touren eingerichtet. Mit einer Fähigkeit von 70 L ist der Wanderrucksack groß und bietet genügend Platz für Werkzeuge, Kleidung und Arrangements. Und die Nummer 1 unserer Liste. Heilander 65 Liter Discovery Rucksack Leichter Wanderrucksack Die Ranzen von Discovery sind leichte Wanderranzen mit Messerrückensystem, gepolsterten Hüftgurten und technisch gestalteten Schulterbändern. Mit einem großen Primärfach sowie Kordelteilern können Sie alle Ihre Geräte laden und leicht darauf zugreifen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal! Bis zum nächsten Mal!